Ja, Michael Wiegand, Vertriebsleiter bei der Schuko Interior Systems, jetzt seit knapp zwei Jahren an Bord in Borkholzhausen. Unser neues Produkt ist das Trennsystem, ein Raumtrennsystem. Wir haben schon ein Raumgestaltungssystem. Unser Raumtrennsystem ist was Neues für Schuko, ist was Neues für uns. Die Kernmission, die Kernidee ist, dass wir nicht nur die Küchenindustrie bedienen, sondern dass wir auch mit Schuko international zusammenarbeiten und da die Architekten und Verarbeiter auch bedienen. Schuko ist ja sehr bekannt für Fenster, Türen, Fassaden. Schuko kann jetzt auch im Gebäude was anbieten, neben Brandschutz. Für unser Trennwandsystem sind die Haupteinsatzgebiete Themen wie Büros, also diese Open Spaces, die schöne, moderne, offene Raumtrennsysteme haben, mit Schiebetür, mit Drehtür etc. Das Besondere an unserem Trennwandsystem ist, dass wir das Beste vom Markt vereinen. Das heißt, es gibt verschiedene Produkte, die überall einen USP haben und unser Trennwandsystem vereinigt alle USPs. Das ist das, was es auf dem Markt so nicht gibt. Das ist zum Beispiel eine Ansichtstür von 43 mm, was was Besonderes ist. Du hast ein Profil in der Ansichtstür für alle Glasarten, die wir haben oder auch für Holz. Also du kannst bei uns alle Füllmaterialien nehmen und das ist das, was uns einmalig macht. Also das Interessante für unsere Kunden ist, dass Schuko ja sehr früh in der Planungsphase bei Architekten dabei ist und alles, was mit Innenausbau zu tun hat, die Kunden, die sind halt relativ nachgelagert. Das heißt, Schuko kennt jedes Gebäude, was irgendwo gebaut wird und der Mehrwert ist für die Innenausbauer, dass sie zeitlich extremen Vorteil haben. Da sind wir sehr gut aufgestellt, dass wir die Innenausbauer zeitlich nach vorne ziehen und ihnen halt anbieten können, okay, wir wissen, was das für ein Gebäudetyp ist und wir unterstützen dich jetzt schon bei der Ausschreibung. Das sind also die Momente, wo wir wirklich unseren Partnern einen enormen Mehrwert bieten können im Innenausbau. Wenn wir jetzt Richtung Architekten gehen, sagt man ja so klassisch, das ist der normale Architekt in Anführungszeichen und der Innenausbau Architekt. Ich sehe das gar nicht mehr so getrennt, das verschmilzt in der heutigen Zeit. Und dem Trend können wir jetzt halt auch antworten, indem wir halt sagen, okay, du kannst am Anfang das Gebäude planen, Schuko bietet dir aber auch die Möglichkeit für den Innenausbau. Also insofern verschmilzt bei uns dann da auch die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach da ein Mehrwert, den wir anbieten. Und das ist einfach da ein Mehrwert, den wir anbieten.